Das folgende Video wird euch präsentiert von DungeonWars.de. Das digitale Warhammerfest 2021 ist vorbei und es gab eine Menge zu sehen, wenn auch keine Überraschungen. Es kommen die schon vorher angeteaserten Sororitas und Feral Orcs für Warhammer 40.000 sowie die Vampire für Warhammer Age of Sigmar. Auch zu erwarten war, dass die dritte Edition von eben jenem Age of Sigmar angekündigt wird. Unvorbereitet waren die meisten hingegen auf ein Redesign der Stormcast Eternals. Ob das jetzt primares Stormcast Eternals sind? Also optisch wissen sie, zumindest mir, zu gefallen. Und das heißt ja, dass es ja primares sein müssen. Für Freebooters Fade kommen zwei neue Modelle. Ein Spezialist für die Bruderschaft namens Candelabro, der zusammen mit der Community entwickelt wurde, und der Nebelwanderer für die Schatten. Das Modell ist bestimmt cool, nur erkennt man bei der Bemalung leider fast nichts. Corvus Belli, die Firma hinter Infinity und Aristea, haben neben dem Launch ihrer neuen Webseite auch noch eine Preissteigerung von 5 bis 10 Prozent ab dem 1. Juni 2021 auf ihre Produkte angekündigt. Als Grund für die Erhöhung der Preise werden die gesteigerten Kosten für Arbeitskräfte und Rohstoffe sowie die weltweit gestiegenen Versandkosten genannt. Das folgende Video wird präsentiert von Hobbyheld.de. Heute geht es im Kickstarter der Woche mal nicht um ein Brettspiel, Minis oder auch nur um Dennis, sondern um Tabletop-Zubehör. Anmerkung von Gregor, Drachenlord, ha? Mach weiter, so du langhaarige Nichtsnutz und ich bestelle auf deinen Namen jede Menge uninteressanter Kickstarter. Anmerkung von mir, also Dennis? Ha, Gregor, mach das doch, solange du sie bezahlst, kein Problem. Looks Like Gaming Stuff sind ein deutsches Team aus Hobbybegeisterten, die mit ihrem Battle-Ready-Token-Set Zubehör fürs Tabletop herausbringen wollen. Auf den ersten Blick nichts Besonderes, finden sich in diesem Set aus Acryl-Token noch einige interessante Feinheiten, vor allem für 40k- und AOS-Spieler. Zum Beispiel der Maßstab, der dient als Hilfswerkzeug für Einheiten, die die Deep-Strike-Regel nutzen. Mit den Würfelpfeilen lässt sich deutlich zuordnen, welcher Markerwürfel zu welchen Modellen gehören. Und mit den Deployment-Markern lässt sich hübsch abbilden, in welchem Bereich eure Armeen platziert werden dürfen. Letzteres ist mit Sicherheit auch für Spiele wie Conquest Last Argument of Kings nützlich. Mit 38 Euro ist so ein Set zwar nicht hinterhergeworfen, aber dafür bekommt man ansehnliches graviertes Triopal-Material, inklusive hübscher Aufbewahrung. Für Gregor durchaus ein interessantes Projekt und schließlich sind solche kleinen Hobbyprojekte doch genau das, wofür Crowdfunding eigentlich gedacht ist. Und nicht für die ganz großen Fische im Kickstarter-Teich. Naja, das Projekt ist noch nicht finanziert, aber bis zum 23. Mai mitzumachen, lohnt sich auf jeden Fall. Du möchtest die Tabletop-Show DICE supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem DICE-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch DICE und hilfst dabei mit, Tabletop Great Again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der DICE hängt und lege das Schwarz an. DICE-Merchandise kein Problem.